Herzlich willkommen zu Die Woche in kurz, heute mal mit einer Jubiläumsausgabe, denn genau vor einem Jahr gab es die erste Folge dieser fröhlichen kleinen Wohnzimmerwitzeshow. Daher auch die überbordend festliche Dekoration heute. Ja, vor einem Jahr habe ich angefangen und das eigentlich auch nur, weil ich schon damals das Gefühl hatte, wirklich jedes Buch gelesen, jedes Rezept gekocht und jedes technische Gerät in meinem Haushalt mindestens einmal in der Hand gehabt zu haben. Wir schauen heute also mal zurück und fragen uns, was hat sich getan im letzten Jahr? Welche Themen sind geblieben? Welche sind verschwunden? Und vermisst eigentlich irgendjemand Friedrich Merz? Das alles jetzt. Am 3. April 2020 war es soweit. Ich habe zum ersten Mal mein Ringlicht aufgestellt, das Handy eingespannt und die erste Folge von Die Woche in kurz aufgenommen. Einfach, weil ich mir dachte, komm, mach sie mal ein bisschen Quatsch, dann gehen die restlichen paar Wochen Lockdown schneller vorbei. Ja, ich lache immer noch. Ja, ich gebe es offen zu, ich habe mir so eine Pandemie insgesamt ein bisschen kurzweiliger vorgestellt. Immerhin habe ich schon im Mai 2020 gefragt. Auf einer Skala von 1 bis 1 gewachsener Zehennagel, wie sehr geht Ihnen eigentlich der ganze Corona-Driss schon auf den Senkel? Ja, seitdem sind die Nägel noch ein bisschen mehr gewachsen. Für mich war es wirklich spannend, mal so ein bisschen zurückzuschauen auf die Themen des letzten Jahres und was so hängen geblieben ist. Ich meine, klar, da waren Dauerbrenner dabei, wie die Lockdowns, die Impfung, die Schulpolitik, aber auch manche Themen, die einfach so komplett von der Bildfläche wieder verschwunden sind. Oder erinnert sich von Ihnen noch irgendjemand an die Rechtsextremismus-Studie, die Lager auf Moria, die Corona-App oder, um mal richtig tief im Kompost zu graben, Friedrich Merz? Ich meine, falls Sie den nicht mehr kennen? Fritz, das ist so ein wilder Hasardeur, immer gegen die Konventionen und ganz nah am Menschen. Es gibt sogar Gerüchte, dass er mal in einem Black-Rock-Meeting zwei verschiedenfarbige Socken anhatte. Woohoo! Crazy! Ja, hat leider nicht geklappt für den Fritz. Wahrscheinlich war er doch einfach zu crazy für die CDU. Oder er war selbst der fleißigste Mitarbeiter in der von ihm aufgedeckten Aktion Merz verhindern. Das weiß man nicht so ganz genau. Was der Teutonen-Trump jetzt wohl gerade so treibt? Dauert nicht mehr lang, dann sitzt der Fritz wahrscheinlich mit drei russischen Prostituierten zur gemütlichen Natur-Sekt-Party in einem Bad Oeynhauser Kurhotel, während Vladimir Putin die Kamera hält. Ah, richtig. Das war's. Wenn man so zurückschaut, könnte man ja meinen, das letzte Jahr hat alles verändert. Das ist aber totaler Quatsch. Es gibt Themen, da hat sich nahezu nichts getan. Digitalisierung der Schulen, immer noch eine Katastrophe. Das Blutspendeverbot für homosexuelle und bisexuelle Männer gibt's immer noch. Und manche Sätze aus dem letzten Jahr kann man heute eins zu eins noch ganz genauso sagen. Hier zum Beispiel April 2020. Kennen Sie das, wenn Sie eine Küchenschublade aufräumen wollen? Am Anfang noch mega diszipliniert und gründlich sind, irgendwann aber ein bisschen ungeduldig werden, die Lust verlieren und dann einfach alles wieder reinschmeißen und damit im Grunde noch schlimmer machen als vorher? Genau so kommt vielen gerade unser Umgang mit den Corona-Schutzmaßnahmen vor. Ja, das kenne ich, seltsam salbungsvoll sprechender Eierkopf vom Q-Plakat. Aber auch wenn es um Merkel und die Landesfürsten geht, kann man vieles heute noch eins zu eins genauso sagen. Man muss schon ein bisschen Respekt haben vor Angela Merkel. Dass die sie nicht schon längst, ich hab's euch gesagt, auf ein Kissen hat sticken lassen und das jetzt in jeder einzelnen Ministerpräsidentenkonferenz jedem einzelnen Landesfürsten links und rechts um die Ohren wäschert, da sag ich Hut ab. Und weil ja jetzt der Frühling kommt und in Kassel und Stuttgart die ersten Querdenker ihre Knallköpfchen aus dem Erdreich strecken, stimmt auch dieser Satz aus dem Dezember 2020 wieder. Wenn du während einer Pandemie ohne jegliche Gesundheitsschutzmaßnahmen und unter Missachtung sämtlicher Abstandsregeln auf einer Demo mitläufst, bei der auch strammrechte Verschwörungsschwurbler mitmarschieren, es tut mir leid, dann bist du kein Corona-Skeptiker, dann bist du einfach ein ganz traditioneller, egoistischer, krawallgeiler Vollidiot. Aber hey, manche Dinge sind auch besser geworden im letzten Jahr. Ich meine, es gibt einen Impfstoff. Deutschland hat dank Corona zum ersten Mal seine Klimaziele eingehalten. Und Donald Trump ist kein US-Präsident mehr. Oder wie wir alle es im November 2020 so prosaisch formuliert haben. Ach Gott sei Dank, der aufgeblasene Pimmelmeier ist weg. Ich hoffe, seine Gläubiger prügeln ihm einen 18-Loch-Golfplatz in seinem aufgeschwemmten Körper. Wir Deutschen sind dagegen leider nicht jeden losgeworden, den wir vielleicht gerne loswerden würden. Ich meine, es gibt immer noch einen Andi Scheuer. Andi Scheuer. Unser aller politischer Lieblings-Nullrunde Andi Scheuer. Wir müssen über Andi Scheuer reden. Ganz im Ernst, ich habe mich selbst oft gefragt, den Andi Scheuer so oft zu erwähnen, ist das noch Satire oder ist das schon Fetisch? Die Antwort kennen nur der Andi und ich. Nein, im Ernst, es war mir einfach wahnsinnig wichtig, immer wieder ganz offen und ganz ehrlich zu sagen, was für ein wirklich, wirklich schlechter Verkehrsminister Andreas Scheuer ist. Tja, das war es auch schon fast. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, es war ein sehr bewegtes Jahr und sehr bewegte Shows mit vielen emotionalen Momenten. Halsbrecherischen Stunts. Manchmal etwas rätselhaften Verkleidungen. Charlotte, dreht dich nicht um, hinter dir steht der hübsche Pferdebesamer vom Rosenhof. Gewagten Überleitungen. Was bekommt man eigentlich, wenn man Voldemort mit einem Kilo verdorbenem Rinderhack kreuzt? Ich weiß es auch nicht, aber sprechen wir doch mal über Clemens Tönnies. Und völlig unangemessene Heimatstadtbegeisterung. Yeah, Köln, Köln, beste Stadt, beste Menschen, schlauste Forscher. Oh, und nicht zu vergessen meine täuschen echten Parodien. Egal ob als Donald Trump. Weil ich im Weißen Haus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder noch verblüffender Melania Trump. Give me some water, I make you ice. Da hat sich die Jörg Knöhr Masterclass doch schon gelohnt. Vieles hat sich bewahrheitet, manches kam anders als gedacht. Und so mancher flapsig dahingesagte Satz sollte uns allen vielleicht noch länger zu denken geben. Hallo, und nur damit das gleich klar ist, ich habe kein Genitalerbless. Oder auch nicht. Das war die Jubiläumsshow. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank an alle, die so regelmäßig zugeguckt haben. Und die auch so nette Sachen in die Kommentare geschrieben haben. Hat mich wirklich tierisch gefreut. Und falls irgendjemandem die Show nicht so gefällt, da ist es mir heute an diesem versöhnlichen Tag auch einfach mal wichtig, aus vollem Herzen und voller Inbrunst zu sagen, leckt mich! Tschüss! Schöne Oster! Was ist das eigentlich für eine bekackte Musik hier?